Musik Irgendwie strahlt ohne dich das Grün in der grünen Hölle nicht mehr ganz so satt. Ich bin auch stolz, dass ich hier am Nürburgring wohnen darf und arbeiten darf. Und es ist ein wenig leiser, seitdem du nicht mehr hier bist. Deine Runden drehst du nun eine Etage höher. Als Eifler Unkraut hast du dich stets bezeichnet, dabei so unnachahmlich ansteckend gelacht. Wir sind unheimlich naturverbunden, wir Eifler, und wir lieben natürlich auch Remy Demi am Ring. Mit der Sonne um die Wette. Wahrscheinlich hat der liebe Gott jetzt eine Fahrlehrerin gesucht. Und dabei fiel seine Wahl auf einem Motorsport. Eine Nürburgring-Legende. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der mehr Runden gefahren hat als ich. Ich bin jetzt fast bei 30.000 angelangt. Sabine Schmitz, die Königin des Nürburgrings, hat uns verlassen. Deinen Thron bestreikst du 1996 und 97. Die 24 Stunden unter der altehrwürdigen Burg. Als erste Frau gleich zweimal in Reihe ganz oben. Zudem noch 98 VLN-Meisterin. Alles im BMW M3 von und mit Johannesscheid. Und dies mit so viel Weitblick. Die zweite Runde war so nass, ich konnte praktisch noch Schritttempo fahren. Habe mich noch gedreht. Jetzt wird nichts mehr riskiert. Jetzt fährst du in die Box, lässt Regenreifen montieren. Und wenn die Sonne noch so schön scheint. Aber wie man sieht, war das ja genau das Richtige. Weil am Schluss fing es ja nochmal so richtig an. Sie sind jetzt 24 Stunden mit Ihrem Team unterwegs. Wie lange wird die Feier voraussichtlich dauern? Ja, nochmal 24 Stunden. Das ist der reinste Wahnsinn. Also ich falle seit sieben Jahren hier mit. Und ich habe nie einen Klassensieg errungen. Aber dann gleich so ein Gesamtbomber ist natürlich was Tolles. Hier stößt man darauf an. Die Pistenklause. Hier stehst du früh selbst hinter der Theke. Eine Jugend sprichwörtlich im Schatten der Nürnberg. Immer in Bewegung. Aus einer Pferdestärke werden sukzessive mehr. Gemeinsam mit Schwester Susanne erst im Kart. Doch auch das genügt dir bald nicht mehr. In den Galopp geht es ab 1990. Ford Fiesta Mixed Cup. Der Anfang. Und dann lasst du doch deine feuerfesten Straffs an. Und spätestens seit diesen Tagen führen all deine Wege raus. Aus dem Dunkel der Garagen. Das macht natürlich viel Spaß. Wir fahren zu viert auf dem Fiesta. Und dann kommt man so viel auch nicht ans Fahren, dass ich dann abends mal auf dem Sierra auffahren kann. Das macht natürlich auch besonders viel Freude. Und auch wenn du kurzzeitig deinen Lebensmittelpunkt nach Südafrika und Brasilien verlegst, bleibst du doch erdverwurzelt, Eifel verwurzelt. Und bietest allen männlichen Vorbehalten die Stirn. Am Anfang war es natürlich schon ein bisschen schwierig. Die kamen immer ganz zuvorkommen. Ha Sabine, wir helfen dir. Fahr mal hinter mir her. Und dann fahre ich dann so drei Kurven hinter dem her. Und ich denke, das geht aber schneller. Nach dem Motto, bist du zu schwach, ist sie zu stark. Am Anfang so, wie ich dann neu im Taxidienst war, dann kannten sie mich noch nicht so. Und dann waren schon einige, die auch Geld zurückverlangt haben. Da fährt ja eine Frau, da fahre ich auf keinen Fall mit. Und ich konnte dann überreden. Und er meinte dann nur, schmeiß deinen Führerschein weg und hat gleich noch eine Runde gebucht. Also ich habe ihn dann auch bekehrt, dass Frauen nur doch Auto fahren können. Das ultimative Vollgas-Tetatet. Ringtaxi mit dir heißt Pobacken, feste Zusammenkneifen. 20,832 Kilometer Höllenritt. Traumwandlerisch sicher. Und Ich liebe die schnellen Passagen, Flugplatz, Sprunghügel oder Fuchsröhre. Die finde ich klasse. Limit inklusive. Dies ist ein Gegenpol. Der Rummel und die Lautstärke. Und dann wollen tausend Leute ein Autogramm und ein Foto haben. Das ist ganz schön, aber da bin ich auch froh, wenn ich abends zu Hause bin und kann irgendwie noch die Pferde füttern, kann mich in meinen Kampfanzug schwingen und dann hier richtig schön im Dreck wühlen, sage ich jetzt mal. Die Eifel Ranch. Brauchst du die? Hier. Oh, guck mal, wie lecker. Aber meinen Finger dran lassen, ja? Den brauche ich noch zum Schalten. Dein Zuhause. Barweiler. Entschleunigung mit maximal 10 kmh. Wir haben hier am Ring nur eine Ampel und die steht auf Start und Ziel. Besser kann es gar nicht sein. Hier laufen Stoppuren langsamer. Landkind durch und durch. Zu allen und jedem freundlich. Ehrlich. Authentisch. Zwischen Heugabel und Pferdemist laden sich Batterien für dich wie von alleine auf. Okay, Stigli. Push, boys. Duelle, immer her damit. Auch und erst recht als TV-Star und Moderatorin. Keine Scheu vor Herausforderungen. Ob im Rennboliden oder am Steuer eines Vans für Top Gear. All the way from Germany, please welcome Sabine Schmitz. Begeisterung, die jeden deiner Beifahrer ansteckt. Kein Wunder. Deine Lebensfreude, deine Visitenkarte. Und wenn du dann doch einmal die Bodenhaftung verlierst, geschieht das mit voller Absicht. Deine Pokale haben längst bei Frikadelli Racing ihren Platz. Wo du einen der Porsche 911 GT3 R deines Lebensgefährten Klaus Abelen pilotierst. Bei unzähligen VLN Läufen. Und bis einschließlich 2016 ist ein 24 Stunden Rennen ohne dich nicht vorstellbar. Klaus und du, unzertrennlich, unerschütterliche Einheit. Im Zeichen der Frikadelle gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren. Dabei steht's mit Herzblut und vollem Einsatz. Nicht nur am Lenkrad oder in der Box, sondern auch zu Hause in den heiligen Hallen. Anpacken für dich nie eine Frage. Gut, wenn er natürlich besser schrauben kann und ich besser kehren, dann sollte ich vielleicht besser auch wirklich kehren statt schrauben. Aber so Sachen wie Unterboden dran und abschrauben, also da mache ich eigentlich immer mit. 2017 erscheint dein härtester Gegner auf der Bildfläche. Diese so heimtückische Krankheit. Und erst recht jetzt wehrst du dich wie eine Löwin. Ich muss mich jetzt einfach mal persönlich bei euch melden. Ihr seid der Knaller. Ich habe so viel Resonanz bekommen auf mein Posting, was meine dämliche Krankheit betrifft. Es ist unfassbar. Aus allen Herren Ländern. Formel 1 Fahrer. Meine ganzen Freunde, die ich von früher noch habe. Von der Rennerei. Von der VLN natürlich. James Klickenhaus. Oder Karl Geiger. Unglaublich. Wer mich alles angeschrieben hat und mir Glück wünscht. Und Gesundheit natürlich. Ja, also ich bin überwältigt. Tausend Dank. Und bitte drückt auch für Alex Fanadi die Daumen. Der hat es, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer. Den hat es schlimmer erwicht als mich. So bist du. Du hast immer mehr an andere gedacht als an dich selbst. Und bis zum Ende ist dein Lächeln dir geblieben. So behalten wir alle dich in unseren Herzen. Danke für so viele unvergessliche Momente. Danke, Königin des Nürburgrangs. Und wenn der liebe Gott auf der Nordschleife da oben mal wieder den Bremspunkt verpasst, nimm es ihm nicht ganz so krumm. Schließlich ist niemand unfehlbar. Und wenn der liebe Gott auf der Nordschleife da oben ist, dann natürlich auch mal wieder den Bremspunkt verpasst. Vielen Dank.